Herzlich Willkommen hier in der Kampfzelle, heute mit dem Endergebnis im CW gegen Polish Power. Wie ihr gestern schon gesehen habt, haben wir da einen super Gegner bekommen und jetzt wollen wir mal reinschauen, wie der in der CW ausgegangen ist. Wie ihr sehen könnt, haben wir leider mit einem Stern verloren. 112 zu 113, sehr schade. Die neuen Erweiterungen hier von Supercell können wir leider immer noch nicht nutzen, da wirklich bei iOS da noch etwas fehlt. Android funktioniert, das heißt wir müssen weiter auf Clashcaller setzen, bevor wir hier die Neuerung von Supercell nutzen können. Trotzdem haben wir 12, 3 Sterne Fights erreicht, hier super Leistung. Leider einen Stern zu wenig, aber heute haben wir dann die ganzen Lava Lunatecs aus diesem CW für euch. Also lasst uns gleich damit beginnen. Melo zeigt hier wieder seine Flugkünste. Er beginnt hier am Anfang mit ein paar Luns, um hier die Luftbomben auszuschalten. Sehr schön gemacht. Gleich kommen die Babydrachen hier um den Weg für die Helden und die Bowler hier in Richtung der gegnerischen Queen zu setzen. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das hier super bei ihm. Den Single Inferno konnte er auch ausschalten, also super Leistung hier. Und dann kommt hier seine Lava Lunatec. Massenhaft Luns mit zwei Hunden davor und den Eil zaubern. Dem Klon in der Mitte und dann ist auch schon der Adler weg. Und wie ihr sehen könnt, rücken die Luns sehr schnell vor. Was natürlich super ist. Und mit den Luns im Eil ist natürlich auch der Single Inferno gleich weg. Rund herum ein paar Magier und die Welpen hier mächtig am aufräumen. Sehr schöner Fight von Melo. Sehr einfach sah das aus. Aber wie ihr wisst, sind drei Sterne nicht immer einfach zu erzählen. Super gemacht. Lord Roy kommt hier gegen die 42 von Polish Power mit einer Lava Lunatec. Er beginnt hier am Anfang erstmal mit seinen Helden. Ein wenig aufzuräumen. Der Tesla in der Ecke. Einfach übersehen. Aber die Queen kümmert sich darum. Sehr schön hier. Den King gezündet, damit die Queen auch wirklich nach unten läuft. Um hier eventuell noch die Luftabwehr zu holen. Sehr schön hier von Lord Roy. Die gegnerische Clanbau gelockt. Da ist natürlich wichtig, dass der Magier ausgeschaltet wird. Der Hund ist dann nicht mehr so wichtig. Bei einer Lunatec interessiert er natürlich überhaupt nicht. Nur die Welpen werden sich dann ein wenig zum Schluss ablenken lassen. Ihr sehen könnt, gleich die Eilsauber, dass die Luns auch wirklich schnell nach den Hunden hinterher gehen, um hier die Luftabwehr auszuschalten. Und wie ihr sehen könnt, der Skelettsauber bei der Queen hat hier richtig gut gewirkt. Die Queen ist dadurch gestorben. Und so kann er hier die restlichen Truppen raushauen, um hier noch alles aufzuräumen. Sehr schöner Fight von Lord Roy. Super Leistung. Klasse 3 Sterne hier. Mit seiner Lava Lunatec. Auch Only Köhler ist hier wieder mit 3 Sterne dabei. Und er beginnt mit seinen Helden von unten, um hier Richtung gegnerische Queen zu kommen. Er hat wieder eine Lava Lunatec dabei. Seine Mina hat er langsam eingepackt. Wie ihr sehen könnt, funktioniert hier der Tunnel relativ gut. Die gegnerische Queen wird ausgeschaltet. Der Gift auf die gegnerische Clanburg, welche dann seine Queen in die Mitte lockt. Etwas Glück dabei. Ziel erreicht. Gegnerische Queen ausgeschaltet. Super gemacht. Das heißt, er kann hier mit seinen Luns und den Hunden statten. Wie ihr sehen könnt, macht er sich hier große Gedanken, wo er die Luns hinsetzt. Zum Schluss zwar nicht mehr, aber am Anfang, dass auch wirklich überall in einer schönen Breite und die Luns nicht alle auf dem Haufen durch die Base fliegen. In der Mitte dann der Klonzauber und die letzten Eile. Und wir sehen können, rücken so die Luns sehr schnell nach und kümmern sich hier um den Rest der Base. Super gemacht von Only Köhler. Und auch hier die Teslas in der Ecke mit dem Baby Drachen noch geholt. Und dann kann sich die restlichen Truppen um die Base kümmern. Sehr schöne drei Sterne. Auch Miley kommt hier mit einer Labe Lunatec. Und auch er hat sechs ganze sechs Glitzauber dabei. Er will hier natürlich die Queen und die gegnerische Clan Burg mit den Adler ausschalten. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das super. Die Queen ist schon weg. Der Adler gleich. Und danach kommt die Clan Burg dran. Super gemacht. Das heißt, er kann jetzt mit seiner Labe Lunatec. Ach, Labe Lun sage ich schon. Na klar, mit seiner Labe Lunatec starten. Vorher aber natürlich die Helden erst, um hier auf der Seite etwas aufzuräumen. Ein Magier dabei, um die Seite zu clearen, dass hier der King und die Queen auch dahin gehen, wo sie hin sollen. Die erste Luftabwehr ist weg. Super Leistung hier von ihm. Das heißt, er kann mit seiner Labe Lunatec starten. Er kommt von rechts und von oben mit seinen ganzen Hunden und Lunes. Und jetzt hier der Rest von links. Sehr schön gemacht. Die Eilzauber gesetzt, dass die Lunes hier schnell hinter den Labe Hunden herkommen. Und hier der letzte mit dem Boden gezündet, dass hier der Single Inferno nicht viel ausrichten kann. Super Leistung. Sehr schöner Fight gegen die Nummer 1 von Polish Power. Und wie ihr sehen könnt, die Base einfach mal komplett überrannt. Sehr schön gemacht. Das waren die Labe Lunatec aus dem CW gegen Polish Power. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer dran denken, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.